Gemälde mit religiösen Motiven, gar ganze Altarbilder, so etwas erwartet man eher von einem reiferen Künstler und auch nicht unbedingt im 20. Jahrhundert. Doch bei Wilhelm Geier war vieles stets etwas anders. Er widmete sich der Bibel. Da war er Mitte 20 und noch Student an der Stuttgarter Akademie. Doch wie er das tat, war im höchsten Grade neu und aufregend. Gewiss, man erkennt die Figuren, man kann die Handlungen identifizieren. In Geiers Apostelaltar zum Beispiel links einige Apostel, in der Mitte den Gekreuzigten und rechts die Kreuzigung Petri, eine Szene, die selten dargestellt wird. Geier schuf ganz eigene Bilder zur Bibel. Das wird am deutlichsten in seinem Kirchenjahrsaltar, gewidmet den großen Kirchenjahrsfesten Advent, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Im geschlossenem Zustand sieht man den Beginn des Geschehens, rechts den Engel der Verkündigung, links Maria. Man erkennt zwar nicht viel, aber Geier hielt sich streng an die liturgischen Farben und so steht Blau für Maria. Und inmitten eines wahren Farbstrudels erkennt man sogar einen weiteren konkreten Hinweis darauf, dass es sich um die Verkündigungsszene handelt. Geier fügte die Buchstaben AVE ein, den Gruß, mit dem sich der Engel in der lateinischen Bibelübersetzung an Maria wendet. Es ist ein Vierflügelaltar in traditioneller Manier, der ganz ausgeklappt im Inneren die Dreifaltigkeit zeigt. Traditionelle Formen und Motive also aber in einer ganz neuen Art gemalt. Wie in Trance scheint hier ein Künstler mit Farbe und Pinsel vorgegangen zu sein. Die Farbe ist in mal großen, mal kleinen Flecken auf die Leinwand gekleckst. Aus der Nähe betrachtet hat man eine vollkommen abstrakte Farbsinfonie vor Augen. Erst aus der Distanz schälen sich die Figuren heraus. Und so exaltiert wie die Malweise wirken auch die Figuren. Schon Geiers Zeitgenossen fanden für diesen Malstil den Begriff ekstatisch. Und Freunde berichten, dass Geier, wenn er malte, vollkommen in den Malakt versunken war, nichts um ihn herum mehr wahrnahm. Dabei hatte er durchaus akademisch begonnen. Frühe Gemälde zeigen deutlich den Einfluss seines Lehrers Landenberger mit der etwas gedeckten Farbpalette. Der Pinselstrich ist aufgelockert. Hier erkennt man den Einfluss eines Cezanne, der für viele Maler des frühen 20. Jahrhunderts ja der Aufbruch in die Moderne war. Doch neben diesen eher verhaltenen Bildern entstand auch ein Porträt von Geiers Atelier. Und da kann man nur noch mit einiger Fantasiegegenstände erkennen, wie ein Fenster oder einen Stuhl. Ansonsten ist das Farbe pur. Diese Gratwanderung zwischen Gegenstand und reiner Malerei findet sich von da an enthalten, sogar bei einem Selbstporträt. Bezeichnenderweise bei seinem frühesten am ausgeprägtesten. Hier hatte ein junger Maler bereits seinen Stil gefunden beziehungsweise selbst entwickelt. Neben Cezanne stand der späte Lovis-Corinth-Pate, der den Dingen ja auch gewissermaßen die Haut abgezogen hat und das Innere zutage förderte. Geier ging noch einen Schritt darüber hinaus. Das kann man als expressiv bezeichnen, doch ist der Begriff viel zu schwach. Und bezeichnenderweise waren die Expressionisten den Künstlern rund um Geier nicht expressionistisch genug. Bei Geier findet sich aber noch eine Einflusslinie. In seinen lichten Garten- und Landschaftsbildern erkennt man den Impressionismus. Er schuf eine Synthese aus expressionistisch geprägter Malerei und impressionistischem Farb empfinden. So wird auf seinen besten Gemälden alles zur reinen Farbe. Der Gegenstand aber war ihm stets wichtig. Doch man hat den Eindruck, nur als Anlass in Farbe zu schwelgen. So finden sich natürlich Anklänge an Blumen und Stauden, doch alles aus der Farbe heraus. In einer Landschaft windet sich ein Fluss durch die Wiesen und Berge hindurch. Sogar eine Eisenbahn kann man ausmachen. Aber Landschaftsmalerei im traditionellen Sinne ist das nicht mehr. Die Linie spielt in dieser Kunst keine Rolle. Die Farbe muss aus sich heraus wirken. Es ist malerische Malerei im besten Sinne des Wortes. Geier zeigt, dass moderne Malerei nichts anderes als Farbgeschehen ist. Bis hin zur Auslöschung des Gegenstandes. Aber eben nur bis hin. Und wir werden die